Diakonie in Niedersachsen. Soziale Berufe kann nicht jeder. Heute lernen wir zwei Quereinsteiger im Bereich Soziale Berufe kennen. Hören wir nun André. Man hat halt hier in Niedersachsen die Möglichkeit, als Quereinsteiger eine Ausbildung zu machen, als sozialpädagogischer Assistent und dabei nebenbei Geld zu verdienen, also dabei nebenbei noch irgendwo tätig zu sein. Ja, und das hat mich dann dazu geführt, dass ich hier die Ausbildung angefangen habe. Erleben wir jetzt Stella. Also ich werde erstmal den Sozialassistenten erfolgreich abschließen. Danach werde ich die nächsten zwei Jahre den Erzieher machen, auch auf dieser Schule. Und während des Erziehers haben wir zwei große Praktika, die ich gerne im psychologischen Bereich machen möchte, also nicht so wie jetzt im Kindergarten, sondern eher in die psychologische Richtung. Und langfristig würde ich gerne in Richtung Psychiatrie, JVA, also in die Richtung gehen. Mehr Informationen erhaltet ihr auf diakonie-in-niedersachsen.de Caridio Image und Eventfilm Produktion